Da wird man schneller davon. Jetzt high, sagen wir mal. Wenn jemand zum Feier kommt, dann empfehle ich ihm das Amnesia, weil das knallt wirklich rein, dann hat er wirklich was zum Feiern. Am Anfang war es wirklich nicht so gut. Es ist nicht gut gelaufen, aber jetzt mittlerweile jeder Zweite kennt es. Würde ich als Arzt HHC-Konsum empfehlen? Klares Nein. Warum? Weil wir so gut wie noch nichts über HHC wissen. Insbesondere weiß ich nichts über Langzeitfolgen.